Weil du jetzt ein Jahr lang mit ihm trainiert hast? Einen kleinen Vorteil. Ich glaube, für ihn ist er genau dasselbe mit mir. Von daher, er kennt mich sicher sehr gut, ich kenne ihn relativ gut. Ich bin mir sicher, dass er sehr motiviert hier zurückkommen wird und auf jeden Fall da ein gutes Spiel machen will. Das ist klar, immer gegen den Ex-Verein. Aber wie gesagt, wir werden es ihm so schwer wie möglich machen und wir wollen dieses Spiel gewinnen. Weil du jetzt ein Jahr lang mit ihm trainiert hast? Einen kleinen Vorteil. Ich glaube, für ihn ist er genau dasselbe mit mir. Von daher, er kennt mich sicher sehr gut, ich kenne ihn relativ gut. Ich bin mir sicher, dass er sehr motiviert hier zurückkommen wird und auf jeden Fall da ein gutes Spiel machen will. Das ist klar, immer gegen den Ex-Verein. Aber wie gesagt, wir werden es ihm so schwer wie möglich machen und wir wollen dieses Spiel gewinnen.